zu einer schnellen nummer wie ich so schön sage zu einem neuen pass of fire guide und zwar geht es um den erfolg der knochenthron und der befindet sich im ödland ja das ödland und dafür müsst ihr in jokos die domäne ganz hier unten und irgendwo hier ist dann der thron da kommt macht das zeichen jetzt hier in dem bereich der thron und ja wir starten von der wegmarke jokos domäne aus und dann müssen wir da eigentlich nur reinmarschieren wobei dieses nur reinmarschieren nicht nur ein marschieren ist leider ganz so einfach ist es dann doch nicht aber relativ einfach beziehungsweise es kommt auch ein bisschen darauf an welche eventketten gerade durchgelaufen sind also es gibt eine eventkette dann ist das ganz normal offen dann ist es relativ easy aber ja wir haben sogar glück es ist gerade offen es gibt auch eine eventkette da ist hier das innere tor zu und ihr kommt eben nicht rein dann müsst ihr rechts außenrum das geht aber auch auf jeden fall geht hier einfach rein geht hoch zum thron und dann drückt ihr am thron einfach slash sit oh jetzt kommt ja auch gerade dieser forst dieser dieser vogel doch nicht doch da ist weg jetzt muss der dein weg stehen na gut dann müssen wir halt kaputt machen kurz dann wird das nicht eine ganze schnelle nummer aber relativ schnell wird sie trotzdem weil den kriegen wir schon platt ist ja nur ein veteran und solange ich ihn hier oben halte kommen da auch keine bösen anderen trottel die mir hier in die suppe pfuschen nur ein bisschen aufpassen wo ein hin fährt wo wir sind da ist er und dann ist er gar kein problem so kommen wir zurück zum erfolg den haben wir erledigt ihr stellt euch auf den thron oben drauf oder so eine truhe ist ja nett und dann gibt ihr im chat einfach slash sit ein drückt enter und fertig ist der erfolg der knochenton das war schon wieder wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen hoch da ihr dürft auch sehr gerne kommentieren und wenn es noch nicht abonniert habt dann abonniert uns doch einfach verpasst ihr nämlich nichts mehr bei uns auf dem kanal im abspann könnt ihr jetzt auf die linke seite des bildschirms klicken für tipps aus dem kanal auf die rechte seite für unsere sehr erfolgreiche wir spielen mit euch playlist und damit könnt ihr abonnieren ich sag tschüss und macht's gut bis zum nächsten mal